Moin, im heutigen Video gucken wir uns einmal die Maschinen Tierfarmer und auch Tierfütterer an, sowie Tierbaby-Separator und dann noch ein Spawner. Ich würde sagen, das sind die ersten Maschinen, die man vermutlich so nach den Standards baut, um Latex herstellen zu können. Und zwar der Tierfarmer einmal, der ist so herzustellen, relativ simpel würde ich behaupten, das primitive Maschinengehäuse ist das kleinste Maschinengehäuse, was man noch an der normalen Werkbank herstellen kann. Und der Tierfarmer ist dann dafür da, wie der Name ungefähr schon sagt, wir farmen quasi die Tiere. Heißt also, in dem Fall können wir zum Beispiel Schafe hier reinpacken und diese Schafe werden dann einfach geschoren. Heißt, hier hat man es jetzt, glaube ich, relativ schnell gesehen. Und die Items, die fliegen dann oder kommen dann sofort in diese Maschine rein. Flüssigkeiten kann dieser Tierfarmer ebenfalls abschöpfen, kann man sagen, beispielsweise von Kühen die Milch. Und so lassen sich hier die Tiere bearbeiten. Wichtig ist, das Schwein beispielsweise hat jetzt keine wirkliche Funktion für den Tierfarmer. Dementsprechend Schafe, Kühe und ich glaube, das war es schon fast. Alle Maschinen kann man so einrichten, dass man den Arbeitsbereich sehen kann. Das heißt, ich klicke jetzt einmal hier drauf und dann sehe ich jetzt hier in, ja, bisschen Silhouette den Bereich, wo diese Maschine arbeitet. Die arbeitet jetzt in diesem erweiterten Bereich, weil ich schon ein Addon reingepackt habe. Ansonsten ist es immer nur ein Block vor der Maschine. Das ist übrigens bei allen Maschinen genau dasselbe Verfahren. Und wenn man dann das Addon zum Beispiel plus Reichweite 1 reintut, wird es in jede Richtung plus 1 quasi multipliziert. Wir können auch die Flüssigkeiten mit einer Rohrleitung rausholen. Das ist ebenfalls problemlos möglich, wie man jetzt hier sieht. Und dann können wir die in irgendeinen Tank reinführen lassen. Man hat es auch, glaube ich, gerade gehört, die Kühe werden wieder gemolken. Und können wir dann in irgendeinen anderen Tank auch von anderen Mod-Packs reinziehen. Gut, das ist der Tierfarmer. So, als nächstes ist der Tierfütterer. Ebenfalls, wie der Name schon sagt, wir packen beispielsweise Kartoffeln rein. Und dann können wir uns hier unsere Schweine hinpacken und die werden dann, ja, quasi sich vermehren. Man sieht es hier auch gerade schon. Zack, kam auch ein kleines Schwein schon raus. Und wir sehen jetzt hier, zwei Kartoffeln sind weg, weil pro Schwein wird eine Kartoffel genutzt. Hier können auch mehrere Tiere rein, also unterschiedlicher Art. Hier können dann auch dementsprechend mehrere Essenssorten rein. Und der Tierfütterer arbeitet genauso in diesem Bereich, wie auch der Tierfarmer, je nachdem welches Addon man hier nutzt. So, als nächstes hätten wir den Tier- oder den Tier-Baby-Separator. Den kann man jetzt auch schon in Kombination benutzen, würde ich sagen, mit dem Tierfütterer. Weil der Tier-Baby-Separator, der bringt, ja, wie der Name schon sagt, im Prinzip die Babys durch die Maschine in die andere Richtung oder die Erwachsenen. Man kann das hier einmal anklicken. Wir sehen jetzt beispielsweise hier Moving Adults oder Moving Babys. Heißt also, je nachdem, was wir uns anklicken, das wird bewegt. Wir machen mal Moving Adults und dann spawnen wir jetzt hier mal hier so ein Schwein. Und wir sehen, er switcht drüber. Wenn wir jetzt auf Moving Babys gehen würden, sehen wir jetzt auch, hier passiert gar nichts. Ein Baby wird rüber geswitcht. Haben wir es gesehen. Ich war leider gerade in der GUI drin, weil ich wollte euch den Arbeitsbereich zeigen. Aber wir können das hier nochmal so zeigen. Die Babys werden rüber geswitcht. So wichtig ist hier eigentlich nur zu beachten, es geht nur von einer in die nächste Seite. Heißt also, von hinten quasi wird nach vorne geswitcht. Wenn ihr euch da unsicher seid, wie ihr das Ding aufgebaut habt, testet es einmal kurz aus. Und ansonsten könnt ihr die Maschine ja andersrum aufbauen. Ja, wofür ist eigentlich so ein Tier-Baby-Separator? Oder generell so das Trennen von Erwachsenen und Kindern? Das ergibt schon Sinn für zwei Punkte, würde ich behaupten. Zum einen die Tier-Farmer-Maschine. Die farmt nur Erwachsene. Wir sehen es ja auch gerade ganz schön. Wir haben hier Babyschafe und die haben immer noch ihr Fell. Und die werden nicht geschoren. Genauso wie auch Kuh-Babys werden nicht gemolken. Die zweite Funktion wäre dann im Prinzip hier über den Monster-Schnitzler. Das ist quasi eine Mob-Farm, könnte man sagen, per Maschine. Und der Monster-Schnitzler, der tötet auch nur Erwachsene Tiere. Das heißt, damit man beispielsweise seinen Bereich nicht so voll hat mit Kindern, also Baby-Tieren, nicht Kinder, könnte man mit dem Tier-Separator quasi so eine Mob-Farm aufbauen und die Babys in einen anderen Bereich bringen. Und dann vielleicht, sobald sie erwachsen sind, wieder hier einen Zurückschieben. Ja, und dann wären wir hier auch schon an dem vorletzten Punkt angekommen. Da hätten wir jetzt, wie gerade schon gesagt, der Monster-Schnitzler. Der ist eigentlich ganz simpel und ganz cool, weil er hat mehrere Funktionen. Zum einen natürlich auch wieder ein Arbeitsbereich. Der geht mittlerweile, also nicht mittlerweile, der geht jetzt auch einen in die Höhe. Das heißt also auch Gegner, die vielleicht erstmal ein bisschen erhöht spawnen und dann runterfallen werden von dem Monster-Schnitzler berücksichtigt. Und er kann Flüssigkeiten aufnehmen, also zum Beispiel Monster-Essenz. Und er speichert natürlich alle Items. Auch hier, beides kann man per Kabel rausholen. Also einmal zum Beispiel mit einem Flüssigkeitskabel und einmal mit einem Itemkabel kriegt man diese Inhalte hier ohne Probleme raus. Das Addon-Reichweite ist hier natürlich auch ziemlich gut. Strom ist selbstverständlich benötigt. Und der Monster-Schnitzler funktioniert natürlich am besten mit einem Monster-Spawner. Der Monster-Spawner benötigt zwei Dinge. Zum einen benötigt er ein Mob-Fanggerät. Das kann man mit einer Gasträne herstellen, das ist auch wiederverwertbar oder verwendbar. Weil Gasträne ist ja relativ teuer. Aber wenn ihr unterschiedliche Mob-Spawner haben wollt, braucht ihr auch mehrere Mob-Fanggeräte. Weil eines dieser Mob-Fanggeräte kommt dann in den Monster-Spawner, wie man es hier sieht, einfach rein. Und das würde bedeuten, dieser Monster-Spawner spawnt jetzt Minecraft-Schweine. So, wie funktioniert das? Super simpel. Wir nehmen das Gerät hier einmal in die Hand, machen auf die jeweilige Entity, die wir fangen wollen, einen Rechtsklick und schon haben wir es gefangen. Das war's. Es geht auch mit Endermans, es geht auch mit größeren Gegnern. Jedenfalls packt man es dann hier rein. Hier ist nochmal wichtig, diese Fluid, also diese Flüssigkeit, die wird benötigt. Das heißt nicht, dass der Monster-Spawner Flüssigkeit aufsammelt. Er braucht Flüssigkeit. Und er braucht Essenz. Und diese Essenz ist quasi, ja, Gegner-Essenz. Wenn du Gegner tötest, kriegst du ja Erfahrungspunkte. Und wenn du Gegner über diesen Monster-Schnitzler zum Beispiel tötest, füllt sich diese Flüssigkeitsanzeige mit Essenz. Deswegen ist dieser Aufbau auch relativ sinnvoll. Vielleicht nicht die Optik, aber grundsätzlich, dass ihr vom Monster-Schnitzler an ein Flüssigkeitsrohr in den Monster-Spawner packt. Damit der Monster-Spawner dann die Essenz bekommt von den getöteten Gegnern des Schnitzlers. Gucken wir uns gleich an. So, ansonsten ist das hier schon soweit fertig. Arbeitsbereich ist im Prinzip egal. Der spawnt das immer einen über den Monster-Spawner. Also die jeweilige Entity. Und das können wir uns jetzt einmal anschauen. Wir packen hier einfach ein bisschen Essenz rein. Und sehen jetzt hier, die Schweine sind gespawnt. Die sind jetzt auch schon weg. Also sie, die spawnen einfach. Ich weiß nicht, ob es an meinen Einstellungen vielleicht liegt, aber man hört nicht mehr als einen Tötungssound. Man sieht hier aber, hier kommen jetzt gleich die Items rein. Da, wir bekommen ein bisschen Schweinefleisch. Und wir sehen auch hier die ganze Zeit, über diese Rohrleitung gehen die Essenzen direkt wieder in den Monster-Spawner zurück. Dementsprechend kann er sich hier aufrechterhalten. Jedenfalls so funktioniert das Prinzip. Sehr schnell auch, wie man sieht. Der Schnitzler, der braucht keine 3-4 Sekunden eigentlich, um die Gegner zu töten. Und das immer per One-Hit. Wichtig hierbei ist auch, zum Beispiel ein Enderman ist ebenfalls ein One-Hit. Aber, ja, gucken wir gleich nochmal. Das nächste ist dann halt so ein Mob-Detektor. Der Mob-Detektor macht eigentlich nichts anderes, als wenn er Gegner bemerkt. Also in dem Bereich vor ihm, setzt er ein Redstone-Signal. Wir sehen mal links oben die Power. Also immer dann, wenn er einen Mob-Detektet, kriegt er ein Power. Und das, ich sag mal, Schwierige jetzt hier dran ist eigentlich nur, dass er auf derselben Ebene detektet, wo er steht. Und die Schweine spawnen ja einen höher. Ich hätte also den Monster-Spawner vielleicht einen tiefer setzen müssen, damit das hier irgendwie Sinn ergibt. Aber ich mache das jetzt einfach mal so. Jetzt habe ich 5 Gegner drin. Und wir sehen da oben links, die Power geht langsam runter. Weil die ja sofort getötet werden. Aber so kann man hier über Redstone-Signale ja auch quasi ein Signal weiterverarbeiten. Ich wüsste gerade nicht direkt, wofür, um ehrlich zu sein. Vor allem diese Mob-Signale sind, oder das Signal, was wir bekommen, ist sehr schwach zu Anfang. Also hier müssten schon so 10, 15 Gegner dauerhaft drin sein, damit wir hier ein stark genuges Signal haben, um zum Beispiel einen Hebel oder Ähnliches zu betätigen. Das nächste dann hier ist ein Tierfütterer. Ist natürlich auch sinnvoll, den hier dran zu packen. Weil, wie wir hier sehen, wenn wir hier Gegner spawnen lassen, könnte auch mal ein Baby dabei sein. Und über den Fütterer würden dann die Babys irgendwann erwachsen werden. Weil, wie gesagt, der Monster-Schnetzler, man sieht es jetzt hier auch ganz gut, der ignoriert Babys. Oder eben halt mit einem Tier-Baby-Separator einfach die Babys wegbringen. Gut, das letzte ist dann einfach nur mal so zum zeigen, dass das tatsächlich auch funktioniert. Wir haben jetzt hier einen Monster-Spawner mit einem Wizard-Skelett beispielsweise drin. Also quasi, würde ich behaupten, schon relativ Endgame. Und wenn wir jetzt eine Essenz hier draufpacken, sehen wir, da ist ein Wizard-Skelett. Und das Wizard-Skelett, oder der Wizard-Skelett, wird auch sofort getötet. Die Spawn-Wade oder Ratio ist gefühlt ein bisschen langsamer, als die beispielsweise bei Schweinen. Das ist das, was ich vorhin meinte. Es kommt auf an, dass wenn ein Gegner gespawnt wird. Aber je nachdem, wie viele Essenzen ihr habt, ist das schon relativ regelmäßig, wie man spawnt. Das Coole hier dran ist einfach, wir haben diesen Wizard tatsächlich einfach nur mit einem Mob-Fang-Gerät gefangen. Also einfacher geht es gar nicht. Wir können mal hier gucken, das ist ein Wizard und das Gerät, zack, wir haben den Wizard gefangen. So, und jetzt wollen wir uns natürlich auch mal versuchen, einen Ghast zu fangen. Da ist er. Und zack, wir haben auch einen Minecraft-Ghast gefangen. So, und das wollen wir uns natürlich auch noch anschauen. Jetzt packen wir hier mal das Minecraft-Ghast herein und wir werden gleich sehen, hier ist ein Ghast gespawnt. Und er ist auch weg. Und jetzt gucken wir mal hier rein. Wir haben jetzt hier tatsächlich auch zwei Ghast-Tränen, das heißt, das ist auch der Beweis, sag ich jetzt mal. Hier wurde tatsächlich ein Ghast getötet. Und so können wir uns ziemlich coole Mob-Farmen bauen, mit einfach nur einem Rechtsklick auf einen Gegner drauf, den wir nichtmals vorher hütten mussten. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Wenn Fragen sind, bitte gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Bis dahin, ciao.